Hallo Ramona, schön, dass du wieder da bist. Du hast schöne, offene, lange Haare. Heute kriegst du deine alte Treppe dran gemacht. Kannst du sie mal halten? Ja. Die machen wir heute dran. Das sind 40, das haben wir gesehen. 40 alte Treppe vom Ramona haben wir wieder dran gemacht. Hast sie vermisst gehabt, stimmt? Ja. Dann zeig dich mal von vorne. Von vorne haben wir Pony rausgelassen. Das hast du auch gehabt, gell? Ja. Genau. Schön war's. Viel Spaß wieder. Bis zum nächsten Mal.